Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschler und heute bin ich wieder für euch in Battle for Ezra Ludnerwigs. Und zwar wollen wir uns heute wieder so ein kleines Mythic Plus Opening machen. Und zwar war ich letzte Woche wieder fleißig, ich war wieder ein bisschen im M Plus unterwegs, 15 haben wir gemacht, Tempel von Setralis. Und ja, ich hoffe, dass ich diesmal irgendwas Sinniges aus der Kiste krieg. Vielleicht einen Stars Rang 3 oder Echoing Void Rang 3 oder Zwielichtsverwüsten. Warte, ist das ein Ring? Na, na? Ich hab Angst drüber zu fahren. Was haben wir denn da? Wir haben Wiederhallende Leere, das müsste ein Zweier sein. Den kann ich tatsächlich brauchen für 75. Versa Tempo, der Ring ist tatsächlich gut. Er hat jetzt halt 60 Verderbnis drauf. Lieber wären wir zwar in Stars gewesen oder in Zwielichtsverwüsten, aber ein Echoing Void ist auch schon mal nicht schlecht. Das freut mich tatsächlich, der Ring. Und der pusht mein Item Level nochmal ein bisschen. Jetzt bin ich 4,78. Nicht, dass das jetzt noch große Relevanz hätte, aber er ist natürlich nett, wenn man nochmal ein bisschen hochkommt. Das haben wir bekommen. Den Schrein 14er Key, den werden wir sicher nicht laufen. Erstmal, weil Schrein kack ist und ein 14er laufe ich tatsächlich nicht. Aber wir haben ja mittlerweile genug Score, dass ich auch random easy in die Gruppe finde. PvP habe ich leider nicht gemacht und Dings, Titan Residium müsste auch nicht reichen. Ich glaube, 4000 irgendwas brauchst du, dass ich da wieder hingucken könnte. Aber ich glaube, auf den Ring hier werde ich, denke ich, mal einen Dings drauf machen. Dann einen extra Sockel, sobald ich mir das Mount gekauft habe und dann dementsprechend die extra Sockel habe, weil der ist schon relativ gut. Einen viel besseren Ring werde ich nicht kriegen aus dem Mem Plus als 4,75 und Eckhung Void drauf. Das ist auf jeden Fall schon eine schicke Geschichte. Ja, das war es schon mit dem kleinen Opening. Endlich habe ich mal einen Teil gekriegt, was halbwegs sinnig ist. Und ja, mich würde es freuen, wenn ihr mir schreibt, was ihr so bekommen habt, ob ihr auch mal was Tolles rausgekriegt habt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Opening gern wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.